So, hallo Leute, nach langer, langer Abwesenheit kommt jetzt endlich mal wieder Video und ich will gleich im Voraus entschuldigen für die Audio- und Videoqualität, weil das Ganze wird jetzt mangels Ressourcen mit meinem Handy gefilmt und ja, schauen wir mal wie es wird. Also, heute geht es um den Five Pipes Grapefruit zur OVP, nichts Neues, das Bewährte von Five Pipes, wieder diese Verpackung, wie man sie kennt, eine Grapefruit drauf mit der typischen Fahne in der Hand, ja, nichts Neues. Auch so vom Schnitt und von der Feuchtigkeit her, nix Neues, schöner feiner Schnitt, keine Äste drin und der Tabak kommt wie immer relativ trocken rüber und ja, schauen wir mal was der Geruch sagt. Ja, also der Tabak riecht wirklich sehr lecker, nach Grapefruit, mit einer säuerlichen Note, aber trotzdem auch irgendwie ein süßer Touch. Ja, das Setup heute, eigentlich wie immer, die NPS, dann haben wir den Hot Shot drauf, ca. 6g von dem Tabak drin, 2 halbe Coco Pricos und den King XL Schlauch. Bisschen Windschutz drauf machen. Also, was ich bei dem Tabak jetzt schon, ich habe den jetzt schon ein paar Mal geraucht und was mir aufgefallen ist, dass der mir relativ, also nach relativ kurzer Zeit im Kopf steigt und dass es sich bei mir nach relativ schneller Zeit schon dreht. Okay, jetzt im Vergleich zu Social Smoke oder Phantasia oder was oder auch anderen FiveFives, die wir schon hatten. Ähm, ja. Ansonsten kann man zum Geschmack sagen, ähm, der gefällt mir wirklich sehr gut. Es erinnert irgendwie an so, hat was von Brause. Ähm, man erkennt die Grapefruit sehr gut und ist auf jeden Fall ein intensiver Geschmack. Und vom Geschmack her würde ich da jetzt 9 von 10 Punkten vergeben, weil er einfach wirklich intensiv ist. Es ist ein schöner Geschmack. Ähm, ja, einfach lecker. Und auch vom Rauch her wird man da vom FiveFives mal wieder nicht enttäuscht. Trotzdem, der Tabak relativ trocken rüberkommt. Ähm, man bekommt für sein Geld einfach relativ viel Tabak. Der ist unangefeuchtet und man kann ihn einfach so rauchen. Und, ja, vom Rauch her würde ich da jetzt einfach mal 9 von 10 Punkten vergeben. Da kann man einfach wirklich nicht meckern. Ja. Ansonsten, äh, kann ich sagen, dass der Tabak mir vom Geschmack her deutlich besser gefällt als der von Phantasia, der Pink Grapefruit. Ähm, den habe ich jetzt auch schon ein paar mal geraucht. Und jedes Mal, auch von verschiedenen Produktionen, ähm, hatte ich da diesen, diesen seifigen, ähm, Geschmack im Hintergrund. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat man bei dem Tabak nicht. Und deswegen würde ich den auf jeden Fall dem Phantasia vorziehen. Zumal er natürlich auch billiger ist. Ja, ähm, abschließend kann man eigentlich sagen, dass der Tabak von mir eine Kaufempfehlung bekommt. Auf jeden Fall. Ähm, das einzige, der einzige Kritikpunkt, den ich da jetzt habe eigentlich bei dem Tabak, ist, dass er mir eben doch relativ schnell in den Kopf steigt. Aber ansonsten, er raucht super. Er schmeckt gut. Und ja, von dem her eine volle Kaufempfehlung von mir für den Tabak. Ja, ähm, ich hoffe, dass in nächster Zeit doch wieder einige Videos folgen werden. Und die Abstände nicht so lang werden wie jetzt zu diesem Video. Und es wird unter anderem noch Folgen von Social Smoke, der Bayer Blue. Und noch ein paar andere Socken von, ich weiß gar nicht, was ich noch alles da habe. Ähm, von, ja, keine Ahnung, ich habe noch ein paar bestellt. Und die werde ich dann auch noch reviewen. Ja, in dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Und ja, wir sehen uns. Ciao.